Ich stehe hier im Newsroom der Mitteldeutschen Zeitung in Halle und ich habe heute Markus Faber zu Gast, FDP-Abgeordneter und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Und ich möchte heute mit ihm kurz über die Bundeswehr, das Personalproblem und einen neuen Wehrdienst sprechen. Herr Faber, die Bundeswehr hat auch ein Personalproblem. Es fehlen 20.000 Soldaten. Wie will die Ampel, wie wollen Sie das in den Griff kriegen? Genau, zum einen fehlen Fachkräfte, es fehlen ITler, es fehlen Leute bei der Luftwaffe. Da gibt es aber gute Nachrichten. Die Bewerberzahlen bei der Bundeswehr sind gerade gestiegen. Es können mehr Plätze besetzt werden. Wir müssen gucken, dass wir den Dienst bei der Bundeswehr noch attraktiver machen. Da geht es nicht nur immer um Geld, da geht es auch um Versetzungshäufigkeit, da geht es um Zulagen. Zum Beispiel auch, wenn man im Ausland ist, wenn man wieder von seinem Wohnort eingesetzt wird. Das sind die Dinge, die jetzt im Alltag geklärt werden müssen. Jetzt ist eine neue Wehrpflicht im Gespräch. Die soll anders verlaufen und anders funktionieren als die verpflichtende Wehrpflicht. Was halten Sie davon? Ich halte den Vorschlag, den der Minister da gemacht hat, erstmal für ganz gut und für etwas, was wir im Bundestag dann auch diskutieren sollten. Eine Auswahlwehrpflicht, das heißt, alle bekommen einen Fragebogen. Alle heißt in dem Fall, von der Idee vom Minister, alle 18-Jährigen. Ich glaube, man kann da auch andere Altersgruppen noch mit einbeziehen. Alle bekommen einen Fragebogen und sind dann verpflichtet, diesen Fragebogen zu beantworten. Hier endet dann die Pflicht. Und alle, die Interesse an der Bundeswehr haben, die können dann nochmal zu einem Gespräch eingeladen werden. Den kann man nochmal testen. Was haben die körperlich, geistig für Fähigkeiten? Und wer dann möchte, der kann eben einen solchen Auswahlwehrdienst machen. Das ist eine gute Sache. Garantiert nämlich, dass man die Motivierten bei der Bundeswehr hat. Jetzt sollen 18-Jährige diesen Fragebogen ausfüllen und Männer sollen den verpflichtend ausfüllen, Frauen nicht. Ist das fair? Halte ich nicht für so zeitgemäß. Geschlechtliche Diskriminierung sollten wir eigentlich nicht machen. Das liegt hinter uns im 21. Jahrhundert. Insbesondere zu einem Zeitpunkt, wo jeder sein Geschlecht frei wählen kann. Das ist auch ein bisschen unschlauer danach, zu diskriminieren. Insbesondere, wenn es um die Ausfüllen eines Fragebogens geht. Frauen steht ja auch jetzt schon jede Laufbahn bei der Bundeswehr offen. Das ist das eine. Und die Altersdiskriminierung genauso. Warum nur 18-Jährige und nicht auch 38-Jährige? Bei der 18-Jährigen heute weiß man, die waren auf jeden Fall noch nicht bei der Bundeswehr. Aber auch viele 38-Jährigen waren noch nicht da. Haben vielleicht Interesse. Auf den kann man mal eine Fragebogen schicken. Herr Faber, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. , ich danke Ihnen. Herr Faber. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020